Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Bau-Challenge. Und da waren wir heute ein Bierglas. Wie lange wollen wir uns dafür Zeit nehmen? Fünf Minuten. Fünf Minuten? Okay. Das wird aber glaube ich ganz knapp werden. Das Wichtigste vorab, lasst ein Abo da, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. In 3, 2, 1, keiner läuft. Ich brauche mal das Bierglas. So, ich bin jetzt auf der falschen Seite. Ja, bist du auf meiner Seite? Nee, das nicht, aber... Hast du gerade bei mir gespielt? Nein. So. 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 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3... Meinst du das richtig geil? 3. 3. Oh, wie habe ich... Nee überhaupt. Es passt 3. Da. Da. Meinst du mit Cooler, Papa? Okay. Weil ich hab da ne Technik. Achja. Ach, ich mach jetzt erstens immer so. Nein, mach ich nicht. So. 5 Minuten wird wirklich knapp, glaub ich. Nö. Bei mir nicht. Ja, sagst du so. Ja, echt? Bei dir vielleicht, aber bei mir nicht. Weil ich bin ja jetzt schon bald in. Ich hab nicht geschummelt. Mhm. Gar die Zuschauer. Du bist ne alte Schummellieger. Das ist alles. Du. Weil du warst noch auf meiner Seite. Und hast geschummelt. Nein, ich war auf meiner Seite, aber war noch hinten bei meinem Burger gewesen. So. Ja, ja, ja. Komm, redest du jetzt nur auf. Guck mir das Video an. So. Habe ich den Boden vom Glas fertig? Tja. Ich hätte jetzt einfach nie in den Boden sollen. Dann bin ich jetzt schon fertig. Und ich mach grad etwas. Das hast du, glaub ich, nicht. Noch 2 Minuten, oh Gott. Das schaff ich niemals. Als ob. Du schaffst das. Nichts. Ne, das schaff ich nicht. Also, ich bin jetzt schon bei den wichtigsten. Du? Ich noch nicht. Ich bin jetzt schon fertig. So. 2 Minuten 23. Ah, jetzt fliege ich in die falsche Richtung. Wolltest du zu mir fliegen? Nein, ich bin nach oben, anstatt nach unten. Das ist weg. Und ich baue hier gerade etwas richtig cooles. Packer. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt volles, leeres Glas machen. Ein volles Glas machen. Aber vielleicht mache ich jetzt nur noch ein halb volles Glas. Geil. Wolltest du mal gucken. Naja, kann nicht so zählen. Da fehlt noch was. Oh nein. 1 Minute 42. Da fehlt natürlich noch was. Natürlich darf das hier nicht fehlen. So. Was könnte denn noch hin? Fertig. Noch eine Minute und 10 Sekunden. Papa. Hm? Noch eine Minute und 10 Sekunden. 1 Minute und 10 Sekunden. Okay. Das schaffst du doch locker. Locker, locker. Mange locker. Papa. Hm. Schau los. Du musstest ja nicht 15 Sekunden fertig haben. Ah, das scheint leister. Noch 40 Sekunden. Ah, das scheint leister. Also meint sich richtig gut aus. Ich bin fertig. Ich nur nicht. Ich noch nicht. Ich noch nicht. Warte! Ja. Das muss ja noch unter ein bisschen laufen. Jetzt schauen wir mal. Ich muss hier noch ein bisschen hinterlassen. 18 Sekunden. Noch 18 Sekunden? Du willst mich doch jetzt nur schnell veräckern, oder? Nein. Noch nur 1 Sekunden. Und fertig. Ok. Ich komm zu dir. Du kommst zu mir. Mal gucken. Wo bist du? Echt jetzt? Hier kann ich reinlegen? Einen drin sind hier. Du musst von außen gucken. Aber von innen kann man sich doch aussehen. Guck hier. Von außen sieht es aus wie ein Bierglas mit Bier und Schaum. Ja. Und komm mal zu mir. Fliegen wir zu dir. Nein. Du hast ja was so ähnlich gebaut wie ich. Ja, weil das hatte ich ja vor beim Bier. Darum hab ich ja gesagt, mach mein Bier. Achja. Das ist jetzt wieder eine schwere Entscheidung. Natürlich. Ich, weil du halt das mit Boxen. Das ist doch egal. Das sieht doch hier schön aus, als wenn es so Flupperbläschen vom Bier guckt. Ja. Das sieht doch richtig klasse aus. Ich find nur eins besser. Warten wir mal schauen, wer runterläuft. Ja, das wurde ja schon getrunken. Guck hier, siehst du das mit dem Bläschen? So hat er die Kohlensäure sohn. Das wurde ja schon getrunken. Und wo ist bitteschön der Mensch? Ach so Mensch? Wenn da schon einer getrunken hat. Ja. Ist der von Burger verschwunden? Richtig, der ist direkt nebenan Burger. So. Also. Dann lassen wir wieder die Leute entscheiden, wer gewonnen hat. Ich. Ich finde ich. Ey, können wir jetzt bitte mal... Okay, jetzt kommt eine Unentschieden. Wir beide haben einen Punkt. Ah, wir gucken mal was. Nein, ein Unentschieden. 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 So. Wie gesagt, dann lasst Kommentare da. Oder einen Daumen nach oben bei den Videos. Dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Welche schöner ist. Da werden ja wieder beide Videos hochgeladen. Beide wieder pünktlich 12 Uhr. Und ja. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Rauna. Und Sascha. Ciao. Ciao. Tschau. Tschau. Tschau.